Riesige Rauchwolke über Oldenburg-Donnerschwe. Die Feuerwehr Oldenburg kämpfte mit einem Brand in der Sonnenkampfstraße. Gemeldet worden war der Feuerwehr ein brennendes Auto. Die Flammen griffen allerdings auf das Carport und das Wohnhaus über. Etwa 38 Einsatzkräfte waren vor Ort. Nach knapp zweieinhalb Stunden waren die Flammen gelöscht. Verletzte hat es nicht gegeben. Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017